So, da spielen wir. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist euer Justus König. Hier ist euer Justus König, das ist auch kein Darm da. Zock hier. Ja, das Spiel weiter. Gut, leider vergangen. Ein Spiel. Ja, Marvel vs. Coop oder was. Also, mein Name ist, hallo ihr Lieben, mein Name ist Justus König, bekannt als Justus Darm da. Der ist Justus König, der Anteil, der YouTuber aus Würzburg. Und filmt das einfach, das Ding. Gleichzeitig haben wir noch ein Live. TikTok Live. Weil das funktioniert. Das muss wieder laden. 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 Es hält schon wieder nur los. Lassen. Lass dichpersanged. Diese keep beschäftigt sind zu wollen. Wenn alles ganz abs vi hab, schmeiße ich. Beide. Da sind alle wieder. Okay. Okay. Uh-oh. Okay. Okay. Come on. Ohohohoho. Oh Gott! Auf den einfachen Ja Wie macht er das? Wie macht er das? Ja, unter! Ja, unter! Ja, unter! Ja, unter! Und dann! Ja, unter! Das ist sie! Ja, unter! Ja, unter! Ja, unter! Oho Oh, okay Oho That was Boom Look What is it? To form a single, perfect universe With all biological life remade in our image Yet still Here you are You'll find we're stubborn like that Yes, but you'll change As your companion Thor has He is a part of us now Purified Immaculate The Sigma virus will infect you all in time Accept our gift Or be destroyed He's trying to go to Ultron Sigma Stop him! Cap, Quinjet 1 is back What now? Oh, that's It's Gamora! We got the towers SOS and headed home Nova Glad you're safe It's over It's been a long day What did you find up there on Gnomon? Trouble Ultron Sigma has formed an alliance with Gnomon's Imperator Grandmaster Mayo They are massing an army against us Their numbers growing each day Hey Gamora That's my favorite assassin Rocket There's more Mayo is testing some kind of biological weapon A gas The Sigma virus Gamora There's something you should know We have Thanos Thanos? You brought him here? Why? If we're gonna stop Ultron Sigma We need the Infinity Stones He will not help you And if by some chance Thanos does obtain the stones He will show us no mercy He raised you as his own Convince him Don Have you come to beg for my help? You would let Ultron Sigma have his way? Don Soon there will be no one left for you to slay for your mistress death You have no choice Help us Release me And I will give you what you want No deal Thanos Yeah If trust is a two way street Right now you're lying in a ditch at the side of the road Give us cause to trust you Help us to find the Infinity Stones Very well I will guide you to them There are six stones Each granting us bearer Dominion over some facet of existence Ultron Sigma has two Of reality And space Those of time Of the soul Of power And of the mind Are still to be found Assemble your teams There is much to be done Follow them Follow them They will lead us to the stones The infinite six The infinite six Will be ours Uh huh Vilcanta The time stone has concealed itself Behind the barrier Beyond time In a place old Tron Sigma knows nothing of, and cannot reach. King T'Challa, the Captain. Your Majesty, I know who you are, Ryu. What business have you in Balcona? I was part of a research mission. Studying anomalies caused by the convergence of our two universes. Our craft became caught in some vortex. The pilot lost control. Only one other survived the crash. A scientist. And where is this scientist? That's why he's in bed with us. He's here. Come on. Hulk, remember what I taught you. You must control your rage. Lade, laden, laden, laden. Lade, laden, laden, laden. Let's go. Oh, what the hell? I don't know. I don't know. You're back with us. You're back with us. Thank you. Ha! Das heißt, bleibt stark, oder? Hat keinen langen Wupps und es funktioniert. Wie funktioniert das noch mal? Aktive Switch. Okay. Ende für das 3x. Ende für das 3x. ID ist ID. Frem. Interesse für die 1x. Aber hier. Irgendwann, naja... Ach, halt, muss ich dir gleich Lever 1 Das dauern muss jeder gar nicht Ich will dich halt, ich hoffe ich finde RB was RB RB was RB Bist du nicht, was ich gemacht Und wir tot Ja, wie kann er es machen, so ein Scheiß? Wir können es ja zum Überdachten machen, Ali. Wir drohen. Ah, ja, kaltestark. Wie machst du das? Wie macht man das? Nein, er kann das nicht. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Er kann es nicht. Ich habe keinen Zipperkräfter, der alte Stecker ist wie du selbst. Eigentlich nicht möglich. Los geht's! Oh, Gott, ey. Komm, mach mal, Zubatacke. Kann er nicht. Er kann kein Zubatacke, er kann nichts umeinander. Nur normal kämpfen. Du hast ja keine Chance gegen den Hulk. Der Hulk macht die Klockfacke. Der Hulk ist mit dem Spiel fertig. Der ist voll fertig. Der Hulk ist mit dem Spiel fertig. Der Hulk ist mit dem Schrauben. Boah! Ist das kein Schauspiel? Das macht keine Chance gegen Halt! Halb ist eigentlich viel stärker! Ohja... Er kann nicht einfach zappen! Das ist ein Schauspieler! Das ist ein Schauspieler! Ah! Halb hat mich nicht besiegt! Und... Nummer 1! Nummer 2! Das macht mich nicht... I love this Der Hulk macht dich mit Bill fertig. Du bist doch kein Gegner für den Hulk. So, dann mach Schlag. Ja, mach dich fertig, Hulk. Was willst du gegen Hulk einbringen? Der Hulk macht seinen Duggen. Der Hulk macht seinen Duggen. Der Hulk macht seinen Duggen. Alter. Halt, warte ich doch. Der Hulk macht sich gleich anzusteigen. Achso. Der macht einen Mundgeruch und bist so kaputt. Umsobald ist er. Der Hulk macht dich ein. Oh, der Rätscher. Spieg nicht mal hoch, gar nicht. Oh, der Rätscher. Halt, mach mich gleich wieder Platz. Das ist sehr schwer. Das Spiel ist echt schwer. Kann mich echt. Und gleich wieder der Packer. Ja, super. Das ist ein Umbring. Das hast du eh keine Chance mehr. Er kann dir einfach mal Katzabgleichs machen. Alter. Halt. Tritt nochmal drauf. Also, kapiert mal wer es ist. Ja? Deine Ducks sind gegen Hulk Ricks. Halt. Halt. Ja, klar. Halt er dritt. Was ist das? Ja. Jetzt geht's. Das ist das. Ja, mach mich. Ja. 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 jetzt gibt es einfacher jetzt gibt es aber einfacher ja 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 wahnsinn jetzt ist besser nach der einstellung jetzt besser alter ja ja kriptamerika ja 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 Dann hast du eine Waste-Journey gehabt. Ich werde nicht geben, was das, was meine Kingdom protects. Will nicht? Du kennst das was da draußen. Wir sind in der Kriege. Asgard hat fallen. Without the Stone's power, Balcanda will auch fallen. Ich bin sorry, mein Freund. Mein duty ist zu diesem Kingdom und meine Leute. Die Zeit-Barriere muss halten. Du wirst deine Leute weg, hinter dieser Barriere, für immer? Das ist kein Kingdom. Das ist eine Prison. Ich weiß nicht, wer du bist, Freund. Aber du wirst du T'Challa geben. Das ist gut. Was jetzt? Neuer Kampf? Ich glaube, von denen kamen die H-Attacke her. Das war natürlich die erste, als ich gesehen habe. Rukomudi heißt das. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ich bin anfänglich. Da sind Sie alle Fanzen in B 높le. Wie Ja. 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 Okay. Cool. The virus. This is our gift to your people, T'Challa. Immortality. What is it? Something ancient. What is it? 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 Daren Moran. It's infected with the Sigma virus. And in a frenzy. What is it? 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 It's a good game. Oh, you know what to do. Yes! Ready! Wie lange gehen wir noch mal die Statsunzelplatte? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. Was ist das für ein Ding? Verrückt. Verrückt. Du bist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Der kann ja mehr. Das sieht. Der kann ja. Der kann ja. Wenn ich nicht wissen, wie du bist, Captain, würde ich fast denken, dass du sie hier ledst. T'Challa, Zeit hat mit Valkanda getrennt. Die Steine kann nicht mehr shield dich. Aber mit der Macht, wir haben die Chance, die Chance zu retten. Sie müssen sie zurückgehen. Sie müssen alle Welt. Und wenn wir sie nicht können, dann wird wir sie... Avenge sie? Nein. Find sie justice. Du sprichst Wissen, Chun-Pi. Wenn der König nicht sieht, wenn der König muss, dann wird er nicht bereit sein. um ihn zu führen. Take it and go! Wenn du um... ... ... ... ... Willst du mal wieder? Also da war es weiter ganz... Ah. Ah. So we're going to go... ganz... Ah. 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 Star called. Figured you could use some help. I told him I don't need help. I'll get the job done faster alone. Totally understand. Guess I'll just... Was ist das? We'll leave you guys to it then. Was ist das? Deadpool Zombies? Gut. Ach, die Ladezeit wieder. Lade voran. Ian. Vielen Dank. 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 Okay, okay. You got me. What the hell are you doing here? He's been tailing me for the past hour. From investigative photojournalist you were really bad at it. I'm telling you this story is big. Maybe the biggest of my career. Get out of here now and maybe you'll live to tell it. I don't have time to play nursemaid. Hey, I'm not some cub reporter. I've covered wars, you know. Fine. Fine. Just stay out of my way and don't touch anything. I'm sorry. I'm not doing anything. I'm not doing anything. B.O.W. Gut, Adios. Fisch. Wie ist der Herr? Der falsche Bürgermeister. Alter wir kämpfen. Okay, das ist los. Es ist 20 Uhr. Das ist gut. Das ist gut. Ja, 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 ja. I'm not done with you, Pumps, yet. We're here to rescue you. Spider-Man? What the hell's going on? Long story, Mr. Mayor. Do you remember how you got here? I was in my office at City Hall, doing paperwork. Without a shirt on. Next thing you know, I'm here, choking out Frank West. Not for the first time. What is this place? Quiet. I hear voices. Hey, I know this egghead. It's Modok. Das Modok ist gut. Nächster Kampf. Molo. Ja, dann haben wir bei Edmund 3... Edmund, ja, streiches Sinn. Nur damit erklärt, dass Edmund übernimmst von Edmund 1. Der Biedenmann. Der Biedenmann. Moloch. Oh, gut. Ja, genau. Oh, ja. Der Biedenmann. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Csat. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, 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 ja. . . . . . . Das war's, Mike Hager. Für dich, ich unterstütze dich. Believe, fight, thrive! Wir müssen jetzt die Taka ausschauen. Wir können auch ein Brüller. Das war's. Leger-Hand glaube ich war das Die 2-Werlds Huge We have no other choice Power level rising Ultimate threat We are like you're ready Huh? Wraith in war Reality-Stone Reality-Stone Reality-Huge Reality-Stone Go Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh f...